Wir machen mehr Schaden. Hast du schon mal auf meinen Orden geguckt, Marco? Auf deinen Orden? Warte. Ja, warte, guck mal. Was für einen Orden denn? Gerade so komisch mit deiner... Was ist der denn her? Ja, warte. Jetzt müssen sie ihn. Ich kann mit Granaten jonglieren, ihr nicht. Für Teamfotos 2. Jetzt sollst du aber wirklich mal piepen. Oh, ja, Entschuldigung. Schinken? Ja, kompletten Namen im Video zu sagen, ist keine gute Idee. Ich habe gerade den kompletten Namen im Video gesagt, deswegen, da gibt es so eine Piepton rein. Also, vor allem, da er ja nicht mal hier ist und sagen kann, ob er genannt werden möchte oder ob er ein Problem hat. Ja, ich habe ihn noch erwischt. Ja, kaum. Spion, Alter. Ich hatte nie die Viecher. Keine Grunde, diese Kunde hätte nicht sein. Aber ich habe den in Happy noch geholt. Oh, er spielt sogar mit. Ja, war mir schon klar, dass er jetzt hier reinkommt. Wie ist der Ingame-Chat? Äh, Ypsilon, glaube ich normalerweise. Ja. Das ist bei Steam-Spielen Standard Ypsilon. Kannst aber auch einfach einen Sprach-Chat verwenden, oder? Also, ich sehe ihn noch gar nicht. Also, mir wurde nicht als Freund angezeigt, dass er mitspielt. Also, bei mir wurde angezeigt... Das ist er-joint. Aber er ist noch nicht im Spiel, das meine ich. Boah, das ist riesig. Ich habe auf die... auf die... auf die Spielerliste geguckt. Habe ich im Urin. Congratulations. Was geht denn da? Wer hat den Hammer oder hat das alles platt gemacht? Ja, ich habe gerade... ...auf meine eigenen geschossen. Friendly Fire. Ist ja egal. Hauptsache, wir werden eben von hinten geklatscht. War ja, oh, gerade mehr Spaß. Aber, ach... Stimmt, wir müssen ja die Loka bewegen. Ja, machen wir doch schon die ganze Zeit. Ich stehe die ganze Zeit dran. Aber wieso bewegen sie sich jetzt nicht mehr? Ach, das dreht sich ja vor uns. Okay, das ist blau. Wir waren blau, ne? Ja, wir sind blau. Ja, wir sind blau. Blau, 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 blüht der Enzian. Na, ist das aber immer noch nicht in-game. Nee, lädt gerade ganz schön lange. Aber vielleicht spielt er auch nie bei uns mit. Nee, ist das aber nah. Ist beigetreten. Oder ist es abgestürzt bei ihm. Ich hab schon noch jeden weggeräumt. Dann kam ein Sniper. Und da machst du noch mehr Geräusch aufức drauf. Aber er wird ihm immer noch nicht angezeigt. Also, das hab ich nicht gesehen. Lowenb. Nö, durch, durch, uh... Ne, ist noch was anderes. Warum bewe... Ach, ach, wegen Überleidungen bewegt sich die Lörer lieber niemanden... Ja. Überladen wir spielen hier, andere. Oh, weil,Laugh,umph. Oben? Oben, 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 oben. Ich hab grad einen Spion hier, das ist viel schlimmer. Oben, oben, oben? Was ist denn bei dir oben? Oben ist jetzt eh nicht mehr wichtig. Was ist denn bei dir oben? Wir müssen bei uns... Oben halt. Wir müssen vor allen Dingen auspassen, dass dieser verfickte Spion jetzt nicht kommt. Ich glaub, hier musst du ganz viel piepen bei den Wörtern, die ich sage. Wieso? Es geht auch in die Narben los. Ey. Ja, jetzt ist übrigens auf unserem Team, unserem Team. Ja. Was? Ja, stimmt. Der Taliban-Hilfe-Fighter. Bin kurz weg. Oh nie. Der legt neben mir, wo du sagen könnt. Der ist eh zu sehen im Video. Achtung, Flammenwerfer. Jede Menge Flammenwerfer. Ja. Äh. Oh mein Gott. Hä? Verdammt, ich hab irgendwie so einen dummen Tutor, den ich aktiviere. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich nur auf dem Weg deiner Sicht. Was? Wie was für einer Sicht bist du? Ja, Leute, wir brauchen langsam noch gute Hilfe. Trainer fände ich mir hier irgendwo. Au. Ey, der scheiß Sniper rafft auch nicht, wenn unter ihm er noch steht, oder? Guck sonst wohin. Yes. Voll den... Aber der Heavy ist doch der, der das schieben muss. Das ist deine Aufgabe. Oh, ich bin drauf gegangen. Wir sind fast da. Ist mir mal deine Aufgabe, den scheiß zu schieben. Ja. Nein. Deswegen... Wie komme ich jetzt so schnell nach vorne? Telefoner? Der Telefoner geht nach hinten. Ey, ehrlich. Wer denn den scheiß gebaut? Was, die geht nach hinten? Ja, der Telefoner, der direkt vor uns, äh, Basel, geht nach hinten. Zumindest sah es für mich jetzt so aus. Der 8 hab ich mich auch getäuscht. Nee, geht nicht nach hinten. Geht nach vorne, aber... Ist relativ sinnlos, das Ding. Ja, der geht nach hinten von mir. Bester Freund von Little Lord Orfang. Hä? Der geht nach... Naja, was soll das denn? Der geht echt nach hinten. Ich bin grad voll in die falsche Richtung gelogen. Hihi. Beste Freund von zwei Leuten. Beziehungsweise musst du dich richtig drehen. Nee, ich bin schon dann in die Richtung gelogen. Warum sind wir immer noch nie weiter? Gibt's ja wohl nicht. Ist ja fast schon drin, ne? Ja eben. Oh, Kleidermärkten geholt. Das ist sowas vom Arschloch. Ah, trennt er sich von. Jetzt hat er sich von mir getrennt. Wie kann ich denn jetzt wieder... Mach schnell, Führer. Ich muss jetzt ganz schnell vor. Wir brauchen aber ein Heavy und nicht ein Pyro. Nein, brauchen wir nie. Es sind übelst viele Nahkräfte. Bis ich das Ding anhabe, bin ich schon wieder tot. Das habe ich ja gerade erlebt. Es geht darum, dass du viel aushältst. Ich habe nicht viel ausgehalten. Ich bin beim ersten Schlag gestorben. Ja, die anderen sterben noch viel. Und ich bin viel flinker. Aus dem sind es ja wirklich bloß ein paar Meter. Zack, drinne. Wuhu. So macht man das. Yes. Mein Plan ist aufgegangen. Ich habe es wieder gerissen. Karte neu starten. Ich bin ganz sicher. Ich habe es wieder gerissen.